jetzt kommt sie hallo youtube natürlich nicht das kann jetzt die alles entscheidende runde du kannst du kannst ja nicht so dass das geht ja nicht die aus entscheidende runde für max muss einmal extra treten ich habe bin gestorben danach also habe ich schon getan nicht die klügste stelle wieso wieso ist johnny da nicht mit erwischt worden ist er doch ich habe ein double hit bekommen wurde geboostet ach so fuck ok geht es hier lang ja nein es geht in die andere richtung aber gut zu wissen dass ich der einzige bin der die map nicht kennt da gibt es aber lang da war mein boost ja ja wusste ich hätte ich kurz sagen dass ich halt irgendwo ganz anders war ich auch jetzt war gejagd fließt kannst du mal vorne lang laufen schon ich danke nicht gut ja dankeschön sehr nett von dir schon oder und wenn es sich mit aufgerufen uns gewonnen wahrscheinlich nicht da fand ich wusste warum ich weiß auch nicht was hier ist das ist denn das ich lebe ich bin tot nein da ist ein laser leute was war das richard der richard wurde traunt der hat noch nicht getauntet ja aber du hast in der wie du standst bei mir einfach in der luft und hast getauntet ohne was zu machen ja bei mir ist er runter gefallen in der weile wie ne hexe das ist doch ganz verbrennen sagen wir die dinge habe ich auch voll mitgenommen das da kam ein comeback ja weil ich die ganzen dinger nicht gesehen habe wahrscheinlich ja also richard was ist das das war also das war ja ich habe das spiel bei armsthaft ja ja ne nur uns schon jetzt fahren zu sein das ist jetzt der andere gerade weil man muss die alles entscheidende runde vorher anzeigen jetzt nicht die regeln sind die regeln das sind die regeln da hat er recht jetzt endlich ah verdammt ich dachte clean sieg ich dachte cleaner trenne das nicht verkackt hätte ja übrigens hat keiner euch ich habe gerade getan ich habe auch aber nicht angesagt du musst immer sagen und es wirst das machst du vielleicht aber das war nie diese regel gewesen ne ne ich habe diese regel noch nie gehört blasphemy oh habe ich einen quakekloch bekommen obwohl du vor mir warst nein der war nicht schlecht wieso fangen wir da oben wieder an weil das der letzte punkt war wo wir den Boden berührt haben ich glaube so funktioniert es ich weiß was wo bin ich und ich weiß nicht ich weiß nicht ob mein Turnt gezählt hat ich weiß nicht ob mein Turnt gezählt hat war ganz nett ach komm ja aber du kannst ja nicht in die Kiste rennen und dann sagen dass das passt ich bin irgendwann aufgemacht ich weiß nicht was aber irgendwann ist es offen ja da geht der Laser auf also Jakob ich würde dich hier unter Druck setzen aber du musst das gewinnen verdammt warum sagst du sowas warum sagst du sowas ich habe doch gesagt ich werde dich nicht unter Druck setzen verdammt das ist ja gar kein Problem ist ja nur Johnny Was ich habe noch mal getrunter ich weiß nicht wieso ich habe jetzt hat max gewonnen und die runde dies ziemlich gut ich hätte einsetzen müssen nahin so hochkommen das ist nicht wo macht schon ich hab lang ja ich wollte mein hook einsetzen mich war zu ziehen gute idee johnny habe ich dabei das geht's wie viel gibt es mir einfach gewinnen lassen nichts weil sowas machen wir nicht ich verstehe ich würde sagen in der ersten entscheidende runde gewinnen lassen der schande das wäre scham okay ich habe vor allem erst mal schnell verkackt und sofort greu ist das war schade dass es nach unten ging nein aber jetzt müsst ihr schon die aufhalten weil sonst gewinne ich auch ich hatte jetzt immer die abenteuerlichen wege aber es funktioniert diesmal und die tod weil das mal bitte bitte johnny nicht auf johnny beschafft das das ist deine map johnny es ist deine map niemand kann dich hier schlagen wie warum warum würde der mich nach unten macht überhaupt keinen sinn und warum leckt mein spiel das war stark von richard aber da oben ist mein spiel hat gerade extrem gelegt oh shit oh richard auf einmal höchstenspeed und dann weiß er nicht wie es weitergeht gerade links links richard ja what the fuck warum stand wir hier weil wir uns dann so schön schwingen können hier das war ein boost dort als die alles entscheidende runter das also ich bin noch nicht der einzige der hier überleben darf na gut leute richard jacob max mach es max ich kann nein was was Oh, schön gerettet, schön gerettet. Ah, komm. Weiß ich wieso. Okay, so. Sollte doch reichen, oder? Ne, reicht nicht. Nein. Dachte, ich fahr runter. Oh Gott, ich will mit Gottes Willen die Dramatik. Die Musik auch, ey. Nein, sonst berühmt. Weiß nicht, wie es her geht. Nein. Jakob. Herzlichen Glückwunsch. Jakob. Danke, danke. Glückwunsch. Du darfst dir einen Eintrag machen. In mein alles entscheidende Runde Heft. Ja. Du kriegst ein, äh... Also am 11.8. Party bei Jakob. Du kriegst eine Kiste, einen Kistenstempel in dein Heft. Das war dann wieder mal toll. Das war sehr nervend aufweigend. Ja, oder? LED Theกlust. Los amerierand키ernşallah. Was will ich nicht mehr? ich bin, glaube ich. Wico de minist Tage leven, ich bin, de lauliche Kom posible. Sching הleiten.